Spiekunk! So, jetzt sind wir bei einer Firma, die Beuten macht, Spritzgeuten, Beuten und hier machen sie die Muster hier und dahinter wird die Beute dann ausprobiert und mit Spritzguss gespritzt. Und dahinter noch mehr, guck mal her, der kennt sich aus mit der Schraube hier und hier wird irgendwas gesägt und das sind auch die sympathischsten Leute, guck doch mal da her, sympathisch oder der hier, macht auch irgendwas und wenn ihr es besser wissen wollt, dann müsst ihr halt in Zukunft bei den Fachstudienreisen der Ludwig Armbruster Imkerschule mitfahren. Und nicht immer nur gratis auf YouTube gucken, was es da wieder gibt, gell? Stimmt's? Genau. Und wie ist denn so? Super. Super, gell? Und die Deppen da jetzt daheim geblieben auf dem Sofa. Aber was verpasst? Was verpasst, gell? So sieht's aus. Gespiekt? Ja? Ganz notwendig, du musst diesen Binnenstock aufmachen, ich werde das verfilmen. Aber der Film geht in die Richtung. Ja, ja, in diese Firma, ja, bitte. Aufmachen. Du musst diesen Binnenstock aufmachen. Ja, aufmachen. Ja, da seht ihr mal, was ihr alles verpasst, gell? So, nicht nur gespiekt, sondern auch getrunken. Getrunken. Regional, regional. Also wer will ein regionales Bierkasten, bitte greift zu.